ja leute hallo herzlich willkommen zu einem neuen video diesmal wir spielen time splitters 2 angezockt und ja die spielern wir beide erster bruder ist das erste mal in einem meiner videos ein jüngerer bruder premiere und diese spiel haben wir damals gespielt dabei 7 oder so und ich 12 2007 oder 6 oder wann das auch aber war jetzt wieder cool mega geil der sonne muss sich leider ausstellen weil durch internetverbindung läuft die spieler da nicht so ganz so geil steckt gleich alarm oh gott so schlecht geworden im spiel da ist halt anders auf dem playstation controller ja bei mir wo man mit überhaupt nicht zurecht ich treffe den gar nicht okay direkt durch raschen ja der typ denken müssen auf die kameras aufpassen die waren irgendwo kameras glaube ich das ist das bitte ein ego shooter kleine horror shooter man reist durch die zeit und so ja ich habe gleich keine munition mit tollen kann ich mal verwechseln was hast du was hast du für ein gamepad eigentlich xbox ja dann müsstest du es auf dem steuerkreuz machen glaube ich habe das steuerkreuz eingestellt er wechselt automatisch okay wenn wir verlieren wechselt automatisch gott segne mich scheiße war kann man in die kamera ich höre ich höre den sound so bisschen bei dir kalt da hier war sie ja ja wo ist es so schlecht ihr kaputt jawohl er hat dich in dem spiel richtig skill alles weg früher zu mega schiss bei dem spiel ja das weiß ich noch die tür auf weil der erste hier gibt es hier vielleicht noch irgendwas zu holen man kann noch diese satelliten linge rum kaputt machen und irgendwann spreng setzte das weiß ich noch ich will kuchen ich glaube ich nirgends wo auch näher alter was ist das denn buch ach hier mussten wir mussten irgendwie eine mission erfüllen wir mussten auch diese container kaputt machen sie sich holzplanken da konnte man da konnte man ja 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 man muss auch die akten zerstören oder nicht hier drin genau mit der granat oder so ich weiß aber nicht mehr das geht die treffen eh nicht die leute so genau hast du zieht hier offen was ist jetzt gemacht tür auf oder ich habe den minen obwohl jetzt geht es richtig ab hier runter irgendwo kann ich die sound eigentlich wieder einstellen und der klickt immer noch ab und zu ein bisschen aber im großen und ganzen geht es eigentlich nicht jetzt ja dann stehe ich den zahlen noch hat ihn ein ganz bisschen stoppen sollte dann hoch scheiß weil ich bringe mich jetzt also pass auf dass du nicht verwechselst dürfen die ganze scheußlich scheiß drauf internet ja gut dass ich nicht mehr wohne ob der ball hat denn hier ständig ja durch dass wir ganz alarm schlagen wir sind so scheiß in dem spiel geworden ok wir haben die diskussion hat da fehlt noch was da fehlt noch was aber kaputt ich beschützt dich so einfach durch hier das kaputt war doch irgendwann zweites von diesen dingern ich weiß es nicht irgendwo ist immer noch scheiß alarm ich lass mal hier hingehen wenn scheiße ball ab auf mich weiter gehen ach gerade oben war irgendwo ein scharfschütze ja 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 stimmt das ist noch erst wieder aufgefallen gerade der kann nachher was erleben durch der fahrstuhl war defekt kann es sein muss man jetzt mal hier schleichen irgendwo konnte man auch und aufpassen konnte man nicht die störung irgendwo umkennen alter ja ach ja das haben das habe ich irgendwo gemacht deshalb geht es bei mir gerade scheiße verreck alter warte mal was nicht auf start irgendwo hier controls ja classic classic b radical radical custom classic b war das glaube ich muss sein ist das ist das richtig ach du scheiße ist das schlecht ja ja irgendwo konnte man um zwischen wo ist denn das irgendwo konnte man auch hier um switchen aber nicht ist egal weiter was wir seit der umgekehrte störung war sich das in kamera die manchmal die kopie an die kopf links an um gott überhaupt nicht getroffen ich gucke mal ich krieg die nichts ist das voll scheiße zu ziehen ach weiß alter ja was man war bei man gegen die bomben oder was ja genau jawohl wir konnten es glaube ich nie durchspielen aber schon bis zum letzten level haben wir kommen wir haben wir hatten es auf allen schwierigkeitskran durch gehabt einfach war halt die anderen konnte ich vergessen alle andere waffe hier ich weiß noch damals bei dem spiel wir wollten unbedingt diese tricks machen weil der multiplayer kann kann einfach jeder gegner irgendwelche tricks so so und salto und hast du nicht gesehen und im spiel kann man das halt einfach nicht machen das hat scheiße ja das ist das richtig vorteil auf gewesen so nicht so muss man hier noch machen ach ja diese dinge ausstellen ich bin übrigens unten ja und ich bin da ja oben der vogel so okay die waren irgendwo noch so akten dinge oder nicht weiß ich noch das heftige kommt ja erst am ende des level und ich bin da nicht war wohl nächstes rüstung was du er wahrscheinlich als ich animal die rüstung mit hinter denen beteilt dabei bin ich an beten ich besucher fall anscheinend einfach drucken dann treffen ist wichtig wo sehen denn der rüstung her keine ahnung stoppt ja mich noch nicht einmal getroffen dass man mal spielen könnte oder mit bock darauf hättest oder so gibt es das auch für geld oder gab es auch für die james bond spielen ja night fire was gab es dann noch agent im kreuzfeuer gibt es auch für computer ach du schreck ja das könnte man hier vorsicht dass der kamera ich krieg sie ich krieg sie nicht scheiße vorsicht aber diese muller alter wie konnte ich jetzt hier da konnte man konnte eine bomben schmeißen das blöde kamera hier ehrlich wenigstens ist die kamera reiz kaputt verschwindet allesamt hier heißen ich habe gott schaden genommen verrecke unfassbar wie scheiße schlecht ich mittlerweile in dem spiel da ist noch eine kamera scheiß drauf nein oder war nur ich fand das noch mal zu geil wie die charaktere hier gelaufen sind so richtig schräg immer so das erste level kann man ja mache ich weiß gar nicht wie lange das geht bei zehn minuten da können ja danach noch ein paar hier diese challenges oder so zocken da kann man machen kann man tun so ein bisschen was vom spiel sieht ich weiß nicht kümmerung stunde oder so streichern ich weiß mal an der bombe hier lohnt sich aber nicht mehr so das bräuchte auch mal die sacca hier drüben welche bin der die kamera oder was hier oben doofen kameras immer als moni wieder leer hier drüben so eine waffe hier vorne hier hinten ist noch eine waffe hier hier jawohl da liegt sie checkpoint und für guter voll gut feuerlöscher so ist da jemand jetzt aber so schnell das spiel ich mir doch online lassen bin ja die minigun für granaten ich werfe eine mine hoch robot aber ich weiß ein paar gebombt mir nein jetzt habe ich mir selber weg mit der scheiße menschen überlegt mal heute zocken die kinder nur noch vor ort und das war das einzig der rechts neben der anderen oben das ist das einzig wahre alter hat man damals gespielt ja geil müssen müssen danach aber ich mal gucken ob man das irgendwie noch verbessern kann ja mit dem netplay ja das ist also internet leistung ersatz ich dann noch mal etwas schlechteres internet hatte hier ähm war das auch nicht wirklich ultra geil müssen irgendwas aufmachen hier oben in dem raum das war auch ein bisschen langsamer gelaufen ich kann doch nur in dem spiel liegen keine ahnung jedes jedes läuft halt anders ja das eine leckt mir das andere leckt nicht so viel weiß ich nicht was man da einstellen müsste um das zu beheben müsste es offen sein ups ich hätte das ding nicht kaputt schießen sollen oh nein wir müssen verkackt ne geht weiter ich habe ja nur jetzt objekt den fail to try mission auch alt das gibt es doch nicht wie jetzt die mission verkackt und was ist denn kaputt gemacht da oben ich dachte die tür geht auf wenn ich das durch diesen computer oder waterballer kann man nicht irgendwie checkpoint oder so da gab es ja nicht er musste auch als ob man jetzt alles von neu machen soll oh gott nein das geilste wer hat noch gekommen so mit den zombies ja ja scheiß ja keine ahnung wenn uns das gleich umbringen dann passiert ja was ja nicht ja dann vielleicht kommt verreck so du kannst dich gar nicht umbringen das kennengelernt hast du sie haben ihn oh gott alter schlecht so als ob es da keine checkpoints gibt der gut ja alter gehackt wusste ich doch der war doch was gewesen ich habe das aber noch nie gehabt ich habe das spiel so oft durchgezogen noch nie gehabt weil ich den computer zerballert habe vor dem grad in dem video so keine ahnung wäre ich damals schon jetzt player gewesen alter 2007 oder 2006 hätten das auch schon gespielt ja auf jeden fall so ja können wir mal alle spiele von firma nachholen das könnte man ja mal könnte man ja mal tun gab es so viele spiele gespielt haben ich weiß gar nicht von diesem james bond spiel ich glaube das war ach keine ahnung wie das hieß für die playstation haben wir das gezockt da gab es auch richtig geilen koop für ja liebeskurs aus moskau meinst du das das auch aber da gab es noch eins wissen das alles oder nichts ja genau das alles oder nichts das war auch geil weil da kannst du auch in der dritten perspektive spiel naja mit der alten immer da jawohl da oben noch aber schon hier aktiviert so okay computer das mal heilen lassen konnte man den feuerlöscher nicht mitnehmen doch ach jawohl ach ja 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 ich war so frisch so gleich geht's ab leute eh hier noch nicht das war eine kamera glaube ich jetzt eine rüstung man kann hatten so im zweiten oder wir haben zweiten scheiße ich dachte da kommt man durch ballern ich weiß gar nicht was man arbeitet man hier kommt man dann dieses ding bei mama warm dran so normales auf hier machen doch ok so so jetzt gucken wir mal hier oh oh gott hat eine drecksau sieht man die die toten schon es bringt ja überhaupt nichts der feuerlöscher ja auch nur gegen die brennenden zombies glaube ich die später kommen ach ja so ah ja 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 guck mal ja jetzt stehen die zombies auf leute das ist nämlich ein spiel kannst du die köpfen von zombies abknallen rolle und war es auch ein zombie ja und das war halt damals das fanden wir so mega gruselig wirklich also davon hatten wir wirklich angst früher so als kinder spiel ist auch glaube ich weiß gar nicht ob ich halte das ist ich glaube das war 16 oder so als das freier habe 16 genau so was die shotgun ja irgendwie aufgesammelt die lache und so okay ja hier mal müssen noch weiter rein auch die falsche richtung auf jeden fall brauchen wir immer so kristalle oder sowas ne ich weiß gar nicht mehr von der stelle hat ich für richtig ah ja 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 okay da ist nämlich der kristall die mitnehmen und dann kommen da gleich diese viecher alter müssen jetzt abhauen ich glaube ja ich glaube dann was nämlich geschafft soweit ich glaube ich muss jetzt abhauen oder nee danach müssen wir noch irgendwas machen dann musst du auf jeden fall irgendwas da irgendwas mal oder was ne hier runter irgendwie ist da irgendwas ich glaube das kommt erst dann nach oder wir warten wir haben noch diese disk die müssen wir oben einlegen beim computer genau und dann abhauen ich glaube schon ich glaube schon ja so ich weiß noch nicht wie oft wir dieses level gespielt haben wochenlang oder so weil wir wirklich nie weit gekommen sind ja und jetzt alter da rennt es einfach durch und verrext einfach nicht und im arcade modus zeigen wir euch dann auch gleich noch mal nach dem level ok so der arcade modus war er im geilsten aber cool und auch diese infektion haben gegen die jetzt müssen wir runter abhauen nee runter und dieses ding in der luft jahre so war das oh gott verpisst euch destroy container oh die muss hier darf man nur den kopf abhauen bei denen sonst bringt das hier nichts irgendwie stehen wir uns immer wieder auf ja die waren halt wirklich echt gruselig die dinger ja oh weißt du was ich gibt's container ich hab ein paar granatürme besiegt die mal irgendwie versuch mal den container in luft hier oh gott container in luft jahren ich habe mich selber getroffen dann wieder container aus hilfe aber ich werde geschlagen da war der schon kaputt nie ne aber mit der mine geht das glaube ich nur ne das geht nur mit wien also guck mal das ding an alter ich finde die eklig damals richtig eklig so ok im dritten teil im dritten teil geht es ja darum dass die menschheit so richtigen krieg gegen diese viecher führt es gibt ja können wir auch mal erwähnen es gibt von dem ganz von spiel 33 teile gibt ort der der war heftig der aber heftig die mutante alter die mutante richtig hässlich du konntest auch dann man kann ja auch ganz mal im multiplayer spielen und du konntest so viele charaktere verschalten oder brennt der brennt ich habe keine man konnte so viel lächerlich viel zeug freischalten das war sogar ich kann meine waffen nicht wechseln nein man hätte ich mal das fadenkreuz eingestellt war dich über die sprengen ich sprengen ich bin jetzt hier und es sind meine munition die verbrauchen so barm junge ich habe es gleich so ich habe es gleich war dafür kann man leben also ein schuss kann ihn nur aushalten und verrecklich nicht sterben ich renne mal vor das mit der snipers jetzt war nicht so geil hier aber okay direkt näher die direkte wie die aussehen alle und konnte alle frage du konntest sogar den schneemann freischalten konnte als schneemann spielen gab es mit diesem fisch so ein fisch im glas und mit so stockbein und komische figuren alle ja da gab es irgendwie noch 2000 herausforderungen das richtig kann den keks mann und die herausforderung weiß nicht ob konnte man die konnte wahrscheinlich man konnte nur allein spielen ja die konnte man nur alleine spielen aber davon gab es auch so unfassbar viele ich weiß noch damals da gab es auch so ein muskelpaket sondern was war denn das war das ein steingohle oder sowas in dem man kämpfen musste das waren so ihre komische herausforderungen aber ich habe schon wieder keine munition mehr mann ich habe den flammenwerfer bekommen die ganzen coolen waffen das auf junge hilfe hälter ich war dir would in ölallah nein 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 um mein gott als jours noch mal bitte verrea пkirv oder weicht ja und er reicht aus hinterher uns ist einer pass auf er ist tot wir sind coats gestorben transport mir verpasst die kamera schnell weg ich bin schon mal stück vor war nur eine kamera so toll ich weiß nicht ob wir das schaffen es halt schwierig mit wenig leben hier irgendwie ins ziel zu kommen ja zum schluss was richtig schon die zombies gehen ja noch glaube ich seine mit waffen der kopf kulat fahrstuhl funktioniert wie kann den nehmen oder ich weiß nicht ich weiß eigentlich ob ich glaube damit kommt man doch direkt hoch dass das mal nach leben suchen wenn es hier was gibt oh ja nein nein oh mein gott oh mein gott oh gott meine hüte der kopfteilung nicht so geil damals schon so geil gewesen damals hat man so auf die physik effekte gar nicht achtet einfach durch raschen jetzt geht es ab gibt es nicht irgendwo noch leben alter hier gibt zum fahrstuhl aber du musst mir das denn machen das haben wir doch ausgestellt die scheiße in diesem gas oder was das ist ich kann es aber noch alleine schaffen oder ja wenn ich verweckst aber wir haben glaube ich noch ein checkpoint habe ich irgendwo ja aber dafür weiß ich jetzt wo da eine schrotflinte ist schlecht dafür dass wir mal so ich könnte direkt wieder von hier oder was man das gibt es doch nicht da kannst du raus erst mal so ein letztes test machen oder auch so eine vorstellung ja und angezockt einfach mache ich war ich habe mich durchgerascht als auf einen headshot nach einem anderen verteilt es gibt gar nichts mehr so und schmuck beim verlieren also unnötig viel leben alle meine ich bin als ich bin es auf normal und es ist eigentlich die erste mission und die kennen wir noch in und auswendig die andere sind natürlich dann noch schwieriger doch gleich mal die stoff hinterher müssen scheiße erschienen weiß ich gar nicht wann das erschienen ist 2005 oder so für geld und für plästischen zwei können wir auch mal sagen exit mit a glaube ich dann jetzt kann ich die kamera nicht verlassen ob ich ja oder nicht schuld mensch also ich habe auf drei gelegt das gibt es doch nicht es kommt davon diesen blöden ding nicht mehr weg kannst du kannst das ding mal kaputt ballern vielleicht komme ich hier das ist ein steuerknüppel hast du dann nicht gesetzt ich habe meine 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 wechselt bei waffentasten nicht und du hast dann nicht das alles durchgetestet oder na klar hatte ich auf drei unten gelegt bei allem an diesen computer nämlich kaputt diesen steuerknüppel was gar nicht geputzt geht sehr kaputt ich bin jetzt mal kurz oh man ja so ehrlich ich hab da auf drei gesetzt das ist jetzt ich bin nicht tot scheiße das kann das erst das den der kate modus sein ja komm weg das ist das erste was ich in dem spiel im back gefunden hat schlechte ich kann ja ich kann ja was weiß ich wenn man jetzt in der karte modus noch ein bisschen gezockt haben meinetwegen noch ein bisschen s&p da wir können auch irgendetwas von spieler kann man schon von auf ja klar das geht auch ich wollte mal zeigen hier warte mal es gibt diese ganzen welten oder so machen kannst du jetzt egal hast du normal gespielen gedrückt oder beenden ich habe wieder auf zurück gemacht hast du es war tatsächlich ein spiel kannte wie gar keiner gefühlt aber ich hatte damals ein kumpel in der klasse der hat das aufgesucht zu der zeit er geht er geht er geht nicht weiß ich gar nicht mehr was das war ja mach mal nochmal deathmatch Captain Flag Backpack lass mal team deathmatch machen oh mexican hier die ganzen maps in mexican mission ice station hospital ja guck mal wie viel man hier schon freischalten kann ich weiß gar nicht wie viele wir hatten äh wir hatten noch nicht alle glaube ich nicht alle ne oh das war eh die geizte hier die war so geil im ersten mal im ersten spiel aus mit dem küchenchef mit dem küchenchef hammer dann lass mal hier ganz klassisch next oh gott äh Punkte und so richtig viele äh äh kannst du recommend machen das ist ja dann für die map selber und da konnten die kassen mit mapmaker gab es damals noch eh boah aber den fand ich so geil und bot konnte man konnte mit zu viel bot spielen und das mal hier so eine zombie truppe erstellen the living dead die hätten auch damals stimmt die hätten alle so eine so eine so eine so eine so eine sterne anzahlen ne ja das hat dann angezeigt wie gut die sind oder nicht der co war noch alle unterschiedlich stark irgendwie das sind dann so die ganzen charaktere man spielen konnte da gab es wirklich die leute da gab es noch echt viele viel viel mehr so diese standard charaktere von der mission halt her dann musste man halt im challenge modus beischalten oder bei der mission halt der ist aus teil 1 so ich bin team rot die die diese ganzen die ganzen genau hier dieses hatschens kommander so sehr gerne für immer gespielt hat dem rot bist du nicht genau so so war ja früher immer bei nikolai zockt ne das war ja damals unser nachbars junge mal rüber gegangen dann hat man ja diesen adapter dazu konnte seine playstation 2 anstecken und dann haben wir zu viert gezockt ja deswegen etwa ein traum diesmal lisa hoch war mir die alte hexe ja 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 die alte oma dass wir das spiel aber auch nie für gamecube geholt haben das verstehe ich gar nicht irgendwie wusste ich gar nicht wir hatten es mal für gamecube aber da kam ja dieser sound den christ wenn er von der kamera bespürst ne und wir dachten das spiel wäre kaputt wir haben das eine die gamecube übrigens die gamecube ne die wir damals hatten oder eine andere die die wir ja es wird mir gar keine medien irgendwie noch funktioniert hat und die ich jetzt die bei die ich jetzt bei mir habe die ich mitgenommen hatte die die schwarze die ging ja nicht ich habe es trotzdem mitgenommen ich bin ich vielleicht die bin ich da da bin ich ich bin natürlich blau oh die laser war für die mochte ich so gerne früher ich bin so schlecht ich bin so schlecht und darum habe ich den assen genommen alter wenn ich den spiel erwischte mich nicht und die gamecube habe ich immer so ein paar mal fallen lassen rumgedreht und dann die ging wieder die konnte ja immer keine diskreten die geht jetzt wieder von hälften stirbt alle mann stirbt jetzt erst mal den guckt das wollen was sie für tricks können das meint mir das sah halt damals echt cool aus dass sie auf die beine gelegt haben und tricks und so und scheiß wie damals die sich auch bewegt haben beim schießen letztendlich sind es nur punkt evp animation die abgespielt werden ja ja wenn man selber eins bewegt sich in diesem letzter alter ja da freue ich wieso wo bin ich denn meine teamkameraden eigentlich komplett alleine ja schon kühn gemacht gemacht scheiße ich bewegte ja früher war mal am etter schön für mich stimmt ich habe dir noch meine schönen granaten komplexe komplexe schöne leute an dieser affe ist so p kleiner die treffe selbst die die scheiß k.i. trifft mir damals ist er nur die übelste schlechte verlierer genau also ich bin ausgetippt bin ich aber auch irgendwie bei mir ging es so langsam so komm schon ich bin euch alle um das spiel wollte ich euch schon so ewig lange mal vorstellen glaubte eins hatte ich sogar schon irgendwie vorgestellt gehabt mache ich aber noch mal irgendwann und das habe ich wohl das habe ich jetzt habe ich mir nur aufgehoben weil ich das irgendwie jahre lang mit dir spielen wollte ich bin die scheiße aufgehoben ja der brennt ja der stirbt der stirbt der stirbt ja geil ich habe es ja für die klasse klassische xbox ne und wenn ich es da anzocke dann renne ich da durch jeder kopfschuss sitzt und hier kann ich gerade ab was nie explodiert nein gibt das shotgun weg ich weiß auch mal den spielschirm immer geteilt haben weil die anderen nicht auf den anderen bildschirm gucken sollte oh ja ich hab immer auf deine augenbewegungen geachtet du hast dann immer drauf geguckt ich gucke nicht auf den bildschirm und ständiger ist dann immer auf dem bildschirm geguckt diese der letzte und immer zu suchen das heißt nicht vermeiden bei so einem lokalen koop spielen oh die ganzen teile eins hatten wir wirklich auch mal gehabt das ging dann irgendwann nicht mehr aber auch dann nie wieder gespielt auch nicht ich glaube ich lange nicht weit oder so jetzt war ich am meisten gespielt wir haben am meisten gezockt teils war ja mal glaube ich sogar einmal alles freigeschaltet aber den ersten teil haben wir nur einmal durchgezockt und dann war es das auch dann durchgespielt und für die gegner ausweichen ausweichen das sound der leckte aber wie sonst was deswegen habe ich ihn ausgestellt ich mache dahinter im hintergrund musik oder so einfach die jeweilige film vom level einfach überlegen ja ich meine viel musik ist da ja nicht ne 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 und so ich glaube ja es gab ab wo konnte man frei irgendwo war doch so in der mitte so die ganzen symbole es war einmal bei dieser bei dieser bei dem virus und dann gab es gab es glaube ich auch noch leben wenn ich mich täuschen da konnte man richtig sehen okay wer hat wie viele leben wer ist noch im spiel wäre schon tot ich glaube ich glaube die beiden spiel modus muss man aber auch es freischalten es gab ja mindestens 15 stück von den spielmodus unfassbar viel content für so playstation 2 und gamecube spiel war ja das was wir gar nicht mehr wie wir es damals gekauft haben die anderen alle über pinke park das ärgert mich bis heute noch wir hatten ja damals übelst viele gamecube spieler die heute richtig für asche wert sind ja sind eingegangen ich habe da so eine ganze tüte voll mit meinem gamecube spielen das war locker 2 ich habe dafür 25 euro heutzutage man da war ja mario katz anschein bei und und den ganzen klaren kann ja also ich hätte dafür heutzutage mindestens 150 euro bekommen oder mehr und schweiz die wollte ja vielfältig abgeben ja aber keine ahnung waren halt schon echt teuer sondern wieder ich weiß noch nicht warum wir immer nur tauschen wollten oder so und immer weniger spieler zu bekommen machen wollten und nicht irgendwie mal neu kaufen wollten das war total bescheuert als mama wollte das nicht und dann wir wollten nicht immer immer irgendwas anderes spielen sind dann zum anderen verkauf gegangen haben der ständig unsere spiele getauscht er weiß gar nicht was alles getauscht haben alles wir hatten alles was für den gamecube hatten wir hatten so viele spiele war es so viele spiele ich habe jetzt glaube ich nur noch drei spiele einmal sonic adventure und der wind wager und ich glaube dann noch die dragonball budokai dieses beschissene gamecube ich habe mir ein paar wieder nachgekauft ich habe mario party 467 habe ich habe ich mal wieder nach habe ich alle drei teile vor das war auch gar keine machen wir das irgendwie hinkriegen über pc der ps2 weil da weiß ich nicht dass ich habe ich habe ich sehe an die zehn spiele passen wird auch nicht auf dem dachboden muss auf jeden fall bei uns zu hause noch eine menge sein ich war da vor ein paar tagen mit anderen mal oben und da beispielsweise ja direkt spiele für den gameboy und was war da noch hier irgendetwas mit arnold schwarzen ja und ich frage mich ja bis heute wo die alle sind oder sonne hätten so viele gameboy spiele ja ich habe ja ein paar gefunden werden auch so viele ps1 spielen denn wir sind ja wie war klein waren so richtig scheiße mit unseren spielen immer umgegangen und ich habe die dann ja das war das war ein fluch wir haben sie haben ja noch wissen zeit wir haben die einfach immer irgendwo wir haben nicht mehr gespielt haben was einfach irgendwo hingelegte so verkehrt herum auf dem boden oder so oder oben auf dem keine ahnung auf dem fernseh drauf da bist du halt immer kaputt ging irgendwann haben wir sagen weil sie dann gepflegt aber schon zu spät dann sind so viele spiele kaputt gegangen ich habe ja vor allem nur noch so super nintendo nintendo 64 und auch gameboy und gameboy advanced spieler diese ganze module die unkaputtbar sind aber davon fehlen auch richtig viele beispiel zwei sachen wir mal für den gameboy advance super mario world weil es importen vom super nintendo ja und und noch richtig viele andere sind alle verschwunden ich weiß noch wie wir damals battlefront einfach das glaube ich oder so drei oder vier mal nachgekauft wird das immer wieder gestoppt so richtig schlecht alles richtig schlecht ich weiß doch da habe ich damals marco glaube ich sogar vorgeschickt das war bei edek haben sie das damals im angebot gehabt ja ja da wollte ich auch immer ein video zu machen auf meinem star wars kanal ja und dann und dann alter ich fand das sogar in den ersten teil haben wir erst gezogen denn ich weiß gar nicht denn den haben wir also wir haben es da was eigentlich mehr oder weniger damals hat er auf internet für 60 ist eine gespielt ja das habe ich doch das habe ich noch und dann haben wir irgendwann battlefront bei edeka entdeckt bei edeka da gab es ein paar spiele plästischen zwei spiele da war auch operieren war damit future perfect dabei das will ich auch noch mal zeigen mit den mit diesen mit diesen aliens da was ich meine beschreiben ein bisschen da gab es das war so ein auch so ein runden basiertes spiel mit zu helden zum mal jetzt weiß ich weiß ich weiß ich weiß was du mal ich weiß wie das heißt ich wusste ich die punkte immer die tage noch um sie aber irgendwas mit taktik für typen taktik so perfekt und ich weiß nicht irgendwie sehen und euch dass das da gab es da oder bei bei edeka und da gab es so viele ihr müsst euch mal vorstellen wir haben wirklich nun bettet von zwei durch edeka bekommen und dadurch haben ja also ich habe die filme erst nach den spielen geschaut ja ich auch ja und durch dich habe ich habe es damals kennengelernt und vor kann ich nicht mal nicht werden so eine scheiße ich habe ja auch noch auf dem dachboden das wird ja dir im sauer sieht leid jeder academy für den pc gefunden ja echt ja das samt hülle und starcraft 1 und so alte pc spieler man ist im dachboden keine ahnung aber leider total zerkratzt ja aber ich habe ich ja aber auch kommt für ein für pc und so und ich spiele es immer noch ich bin das heute immer noch ich stelle mal noch moz vor und so obwohl ich die ob ja es weiß ich nicht sagen ich würde ich habe ich ja schon ein paar monate gespielt und so und jetzt ich bin das immer noch weil es halt auch so geil ist ja da gab es da die mod wurde so friom ist komplett so welten erstellen konnte es npc platzieren konnte es und solche sachen das habe kannst du kannst ich weiß nicht ob du movie battles 2 kennst du bist schweifel ab wie schweifel kennst du das war eine multiplayer mod ja das habe ich mal auf dein kanal gesehen ja das ist gut ist cool das dem erholen kann man auch mal zusammenspielen macht echt spaß ich weiß nicht ob du überhaupt immer noch das dauert ein bisschen also ich habe zum letzten neunten teil geguckt und das war es dann ja der neunte teil der war über übel scheiße die achten mal zu achten hat der nacht der neunte kochen aber 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 es dauert das war eine siebte beim siebten habe ich schon aufgehört auf den achten noch da gibt es glaube ich insgesamt neun oder so ne acht gibt der neunte kochen aber genau und es gibt es gibt auf jeden fall noch ein paar es gibt noch es gibt es gibt noch ja ja dazu habe ich den eigenen geguckt ja mit dieser rebellentruppe der war übel zwei hat man ja also die ab den siebten teilweise noch scheiße ich weiß nicht was sie sich dabei gedacht haben wir sind so mit dem mit dem ersten drei teilen auf man konnte ja wenn du bock hast auch mal episode drei spielen das konnte man ja auch zusammenspielen ich muss halt irgendwie mal aus wie man es plötzlich schon zwei vernünftig zusammenspielen kann ich hatte ja auch nicht hat nämlich auch schon mal probiert ist es zwei mit jemanden zusammen zu spielen aber so hat ein bisschen naja sind dann nur noch drei kids und ich weiß ja nicht danach kann man ja vielleicht auch mal ein andere map zeigen mit einem anderen spielmodi oder so ja dann machen wir noch mal das mit den leben das müsste auch gehen das kann man ja noch mal tun dann hat man genug angezeigt und das ist halt wie gesagt echt ein geiles spiel also wenn wenn ich mich zu den zwischen denen allen drei spielen entscheiden müsste zwischen 1 2 und 3 würde ich zwei nehmen also zwei war einfach mehr gezockt und mehr verbunden oder warte mal haben wir den virus spielmodi schon freigeschaltet weil da könnten wir die sind dieses geile nachtclub level spielen als das war immer übelst hektisch das war glaube ich die die dritte mission oder so mit diesem fett sagt wie man dann zum schluss gehen musste ja das war ja echt ätzend so war man dann muss auch rechnen durch so aber jetzt wird mal gedacht damals ich meine wir spielen jetzt schon ein altes gtub spiel online weiter auf dem pc das ist heftig man überlegt da und ich habe meine video gesehen man kann das ja beim wolfhen emulator noch irgendwie einstellen dass zwar den street screen wegbekommen also das wird dann halt einfach irgendwie hoch skaliert oder so echt das kann man irgendwie noch einstellen das habe ich in einem video mal gesehen dass das ist das ist gar nicht das ist gar nicht das ist aber echt heftig dass das mittlerweile alles so möglich ist technisch der gargäule jetzt weißt du noch was ich glaube ich glaube wir müssten das echt mal so richtige server raus bringen ja mit dem rewind mit dem fangame was wir bald irgendwann mal neu programmiert würden das geht bestimmt dann dort schon nicht mehr lang als mehr jahre ja zwei fps hatte ich gerade ja ich glaube nächste runde müsste man mit weniger mpcs spielen vielleicht nichts daran muss alles synchronisiert werden man hat die story kommt kann man da auf jeden fall mal machen wenn man die proffektung zeit hat und kommen wir auf meine machen wir mal jetzt mehr zusammen der kontakt kann man machen wir da durch socken den kontakt voll entfalten wir hätten damals wirklich nur so krass wie kontakt weil ich es jeden tag ist wie gesagt und jeden tag sind wir mal mit dem haben einfach gespielt das war eine mutter dann oder bis unsere mutter dann hoch auch gar unter dem checker gezogen den ganzen tag immer direkt nach der schule bereits in uhr und bis 22 uhr nene ferien immer durchgedaddelt so wenn man muss mir irgendwann muss ja mein youtube kanal erstellen ja vielleicht vielleicht aber dann würde ich auch als tutorials über das kript und programmierung machen muss sagen außer mta habe ich die letzten tagen überhaupt nichts mehr gezockt ab und zu eine runde rimwelt aber das war es dann auch hoch warte mal modus neuen dann waren dass ich mir die leute die schon auf auf den auf in die seiten auf den in die seiten die spiel unterladen kannst du noch nicht mal ich habe mir demos zu spielen so so jetzt machen wir mal eine runde capture der fleck die anderen modus müssen erst freischalten irgendwann mal ja haben wir noch nicht wieder leider nicht noch kurz machen wir mal ihr freaks ach ja 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 stimmt die also die 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 bots die konnte man ja damals schon gegen die spielen aber selber spielen konnte man die ja nicht als ihr habt ihr gesehen hat diese ganzen und toten kann man alle freischalten da selber hat erst später noch mal zehn minuten oder so dann passt das schon es war eh meine lieblings map den habe ich früher mal gespielt den habe ich eben gerade ich hatte den hier ich habe den zartner zum beispiel ich nehme den robo hauptsache es sind ja eigentlich russische soll ich mein team spieler oder wie gegeneinander ja das war machen ich bin aber weiter team glaube was ist das denn wir sind attribute wertschöpfen ach so ja wir haben immer ohne handicaps gespielt nein jetzt ist glaube ich aber jetzt einen anderen in ein anderes team packen müssen damit es mir ausgeglichen ist ja stimmt naja scheiß drauf dass die alle alle andere werte hatten früher das fand ich echt krass welche mit zwei und drei stern gab oder fünf stern dieser mutante dieser pinke mutante zum wie der hat ja zum beispiel fünf glaube ich extrem gut weil ich echt ob ich für mta nicht mal so lag timesplitter modus gibt es auch folge somit anstecken ja ja mit diesen ganzen geilen die modis ist da gibt viel kacke zum freischalten und sowas das wäre mal übelst was neues so jetzt müssen wir einfach nur die den koffer in unsere base holen schleppen gleich kommen die gegner aber man merkt halt noch dass dieses net play ding noch nicht fertig ist ja es ist kreis habe ich spielabhängig und so von manchen spielen läuft es gut bei anderen nicht so kann man hätte auch irgendwie ohne gott da lass das doch mal mit mario kart mario kart habe ich sogar schon mal ein kumpel gespielt ja man muss halt auch irgendwie alles nochmal einstellen oder so glaube ich das ist dann besser irgendwie ich weiß nicht auch dieser quasi mode alter naja muss irgendwie alles besser einstellen kann ob man da jetzt es gibt ja auch so eine wiki glaube ich so eine dolphin wiki mit wagen hat mit bei was für einstellungen der spiele eingestellt werden müssen gibt es auch für plästischen zwei hatte dieser zombie hier endlich oder den koffer scheiße gott jetzt aber der koffer der koffer ist ja schon weg ich hoffe hier rum in der base von den score ich will gleich den nächsten punkt auf dem koffer jetzt haben wir wirklich stundenlang gespielt leute das muss ich mir vorstellen was die technik schon alles kann da ist das ich komme darauf immer noch nicht klar dass wir hatten gamecube und playstation zwei spiele am pc online zocken können ja hätte auch nicht gedacht dass das so gut funktioniert gut lag zwar manchmal darum auch kein ton aber läuft doch voll mensch das hätte man wie gesagt irgendwie auch einstellen können sicherlich koffer klauen die verschwinde quasi mode ich habe die minigun musste mal diese spezialangriff da oder granaten auch mit ballern kann es musste man machen weil dann öffnet sich da irgendwas und du musst nicht erst durchladen den dreck ja wohl guck mal den kleinen clown an gott aller ich kenne die ganzen kenne die ganze charaktere gar nicht müssen die charaktere im montage und können es gab ja noch diese ente die war geiler da müsste man dafür sound auf waren machen wie sie immer gestorben ist ja da gab es doch diese hausforderung wurde mit zwei schrotflitten umgerannt bist und und eine ente nach anderen weggeballert ja das war geil das war geil entschießen auch ich hab übel sind die leiter hat den koffer darf hat den koffer ich beschütze heutzutage gibt es sogar es geht wenn du und du kauf ich spiel möchtest gibt es auch irgendwie eine multiplayer mod für es gibt für die sims 4 in dem multiplayer mod es gibt für so viele spiele da auch vergeht ja guck mal es gibt auch begeht ja bei city gibt es eine multiplayer mod da kannst du auch skript mit nur das ist alles folgt da muss halt mal überlegen das haben alles nur irgendwelche hobby in sich möchten abgeschimmelten kellerzimmern entwickelt ja das ist echt heftig also weiß die können wir machen aber ist dann spontan entschieden die multi player in soft leider kaum noch ein das gibt auch ein für gta 3 aber gut wie tot wir beide halten und ja das könnte man mal machen ich glaube da gab es sogar mein roleplay server ich meine mission kann man ich weiß nicht von dem ich so machen ich glaube nicht das ist ja das ist ja wie bei sam p und mta das seiten skript sprache hast und dann die welt selber gestalten kann es ist nicht ja aber man kann ja auch einfach so ein bisschen auch umfahren auto ich habe das gemacht hat einfach so ein bisschen freeroaming menschen wie sind leute umbringen auch scheiße wir holen ja einkaufen nach einem anderen alles nur noobs entgegnet die mini garnisse op alter vielleicht könntest du ja in allem im einzel das noch kurz mal abbrechen du könntest ja mal eben ich weiß nicht kannst du gucken wie du so eine challenge macht ich weiß gar nicht stimmt das müsste doch ja dann gucke ich hier gleich was du wieder eine challenge macht weil guck mal im lademenü haben wir ja auch kein split screen nö das fehlt bestimmt ja denn kann man ja auch noch einen eine mission mal zeigen oder so aber alles mal durchgekaut so waren das ach nee das was mein stoppt dann ja genau ein player genau ich mach mal neues bb 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 das habe ich auch immer nur gemacht hat julian immer ein bisschen zugeguckt oder so ja oder dann auch mal wenn dann irgendwie noch irgendwo unterwegs oder so die zombie stürme und man wollte auch unbedingt überall gold machen das hat mich so getriggert und wollte überall gold mal wenn man dann mal mehr charaktere freigestellt bekommen hat ich weiß nicht wie oft ich eine mission mal gemacht hatte um gold zu bekommen muss er jetzt musste ich brauchst du 20.000 punkt um gold zu machen ich habe das wie es vor zwei jahren und man versucht habe durchzuzocken ich habe das ziel gehabt in jeder schelle im stolz zu bekommen aber weder war unmöglich zu schaffen so ich muss ja jetzt warten kann nicht raus da und da muss jetzt überleben musste und so waren halt so wenig waren halt so die ganzen challenge ist aufgebaut richtig cool eine andere als die andere hoch das habe ich nicht immer gemacht wenn den kopf ach ja genau man konnte der könnte in die kopf abschlagen ging viel einfacher so genau gab dann mal direkt 100 punkte davon brauchst du 20.000 punkte da kommen auch immer mehr also wenn man gold und glaube ich in dieser kategorie oder was du jetzt gerade spielen konnte mich alle zum freischalten die charaktere waren ja auch immer so kategorie bezogen oh gott das weg gerade die wiese so geht es wieder ach wo sind sie jetzt werden aber noch richtig viele halt ja so und für seine angezeigt video reicht es gerade läuft aber wenn man da wo man jetzt wäre was machen würde müsste auf jeden fall viel besser laufen ja so geht es ja ja in der verbindung vielleicht ein bisschen auch scheiße ja dorf internet aber wir wollen standbild wenigstens wie viele punkte brauchst du maximal ja dann steckt hat übel ach gott das geht es ja so ich hab ja jetzt hast du stimme jawohl da ist echt doof dass das auch sehr viel internetabhängig ist ja es war nicht irgendwie irgendeinen server oder so stellen kann verkaufen kann er ist ja direkt vom vom einkommen der das dann haustet oder so ist der besser vielleicht kann man das ja über ein v server machen das geht ja vielleicht müsste man einfach mal googeln gold dolphin hosting server ja ein kumpel von mir hat gern v server erkennt sich damit daraus ich muss ihn einfach mal fragen ich weiß nicht wie viele punkte du brauchst der 5000 punkte für den für eine freischaltung also das kann man eben noch mal zeigen dann eben kurz ja dann quälen wir uns noch schnell durch für silber es ich weiß noch nicht wie ob es jetzt anders gelaufen wir wenn ich den server die große titel ich habe keine ahnung da kann ja sein könnte könnte mehr soll ich mal nach aufnahmen immer testen aber überlegt mal die in den anderen maps sind wir zu zweit umgelaufen dann musste muss eigentlich viel mehr synchronisiert werden und trotzdem läuft sie gerade beschissene ich glaube irgendwie das nicht einen regentropfen dass da wirklich jeder einzelne tropfen irgendwie eine gott und das verreckt ist um ja kette ich weiß auch ich versuche das allererste mal die academy als sie als mit den lichtschwertern kämpfen konntest studieren konnte es war so cool weil die outcast hat mir damals gespielt ja das hat richtig bock gemacht da haben wir immer eingestellt lichtschwerter only dann ging es richtig ab und sie haben sie dualiert da schon cool da konnte man ja glaube ich auch so turniere veranstalt ich weiß nicht ob du hier ob die idee kelly mehr sonst könnte man da auch noch mal könnte alten zeiten bühnen videos machen moden und so und war ja movie battles spielen muss ja mal holen so das gleich schafft um internet das bisschen noch ich grüße die ihre ganze gliedmassen so jetzt kann ich umbringen lassen glaube ich bist du silber bekommen so sind die hässliche ich dauerst du dich eklig gruselig hat man bis die da jetzt fertig sind ich weiß ob du dann was ich habe reichstellt bekommen wenn du jetzt wendest ich glaube nämlich nicht ach schade aber ist auch egal der wurscht hat euch mal eine challenge gezeigt time splitters 2 angespielt aber auch irgendwann mal wieder mhm Leute wir sehen uns beim nächsten mal wieder ne erstmal bis dann ne ciao ciao